Look at all the pretty colors. There's blue and green. Ooh, I love green. And look, black. Just like my buttons. Und dann mit Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts 3. Und wer ist das? Der Schneemann! Silly spiky grass. Give me back my foot. Was that a snowman? Uh, did you see that snowman? Snowman? Yeah, and here's the funny thing. He was walking and talking. Huh? Everybody knows snowman can walk. You must never imagine that. Huh, I thought he was real. Well, maybe we'll see him again. But if we don't get going, we'll never reach Elsas Palace. Hm. Oh, right. I almost forgot. Come on. Hm. Erstmal schnell heilen. Mal umgucken, dass wir keine Kiste übersehen. Sieht ganz gut aus. Oder so ein Mickey-Teil. Die können ja überall auch hier am Baum sein. Oder irgendwo so mitten, random, in so einem Stein rein. Dann werde ich sie aber niemals finden. Und hier muss ja auch irgendwas sein. Äh, hier ist eine Truhe. Okay. Sonst wäre diese Abzweigung hier nicht. Da oben rechts muss auch irgendwas sein. Und wenn da nichts ist, dann ist es wahrscheinlich so ein Mickey-Teil. Boah, sieht voll schön aus. Vor allem der Schnee glitzert so schön. Der Schneeband! Wait, Demidelsa. I bet she's the nicest, warmest, best person ever. Wow! See? I told you. A walking, talking snowman. What do you know? You were right. I want to look. Wow! You really are alive! What's making you walk? Huh? Hmm? Um, well, I guess my feet. Hello. Olaf, are these your friends? Hm? Nope. Never met him. Don't know anyone blue, green, or who's oddly spiky. Spiky? My hair? Heh heh heh. Wait, why don't I get a color too? My name is Sora. And I'm gonna duck. Oh? And I'd be Goofy the green. I'm Anna. And I know they're strangers, but They seem pretty nice to me. I'm Christoph. And this is Sven. Nice to meet you. So, where are you guys all headed? We're going to try and put an end to this crazy winter. And to do that, we need to find my sister Elsa. Elsa's... your sister? What a coincidence. We're going to see her too. You know Elsa? Yeah. We ran into her up the mountain. Um, do you mind telling us what's going on around here? We're worried. We think your sister might be in some trouble. Trouble? Are you sure? Alright. I know we just met, but... Sora, was it? I get the feeling that you're someone to trust. I'm right there with you. I just hope you like long stories. Sure. You know, I should go find some moss for Sven. He's looking a little hungry. Come on, Sven. Hey? Wait, 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 wait. What's going on? Tell me, is something happening? Come on, Olaf. You're with me. Sure, Sven. Reindeer Sven too? The reindeer is Sven. Oh, how fun. The song is so stupid. But then, one day, for some reason, Elsa just shut me out. Elsa? Do you want to build a snowman? Come on, let's go and play. I never see you anymore. Years passed, and we barely ever saw each other. Then, finally, it was time for her coronation. Let's just say I was more than a little excited. I thought we'd finally have a chance to talk. But at the party, I did something that made her mad. We got into an argument and I lost my temper. I was just so frustrated. Men, well, that's when she used her magic to push me away. It was all my fault. Elsa is schon etwas komisch. Sehr merkwürdig. Aber wo ist ihre weiße Strähne? I'm right out here for you. Just let me in. We only have each other. It's just you and me. What are we gonna do? Do you want to build a snowman? I shouldn't have upset her the way I did. Elsa ran away because she was frightened. I have to bring her home. I'm sure she knows how much you love her. And I think... Maybe that's why she looks so sad. It's just like when Riku disappeared. He thought he had to push me away to protect me. Maybe Elsa is the same. If anyone can help her, it's you. Thanks. Hey guys, I need some help. What's the problem? What's the problem? Hmm. A stick problem? An arm. It's not a stick. Well, it is a stick. But it's Olaf's arm. He's falling apart again. Falling apart? What? He's falling apart again. He's falling apart again. Oh, it's no big deal. He's a snowman. We'll just put him back together. Really? Well, can you do that? Well, I gotta say this. The pieces can't be too far from here. Could you guys help us look for him? No! Of course. Ich will keinen Schneemann zusammen kratzen. Hey, I'm over this way. Oh, what a poor boy. Ich hab ihn gehört, aber wo? Ich bin doch dabei, ihn zu suchen. Ich weiß doch gar nicht, wie er aussieht. Jetzt sinkt er auch noch. Wie kann man denn seine Einzelteile verlieren? Ist doch blöd, ist der doch. Ja, come see you are snug. Let me go snug. Eher weniger, Olaf. Da ist ein Stück! Da ist der Bauch. Hallo. I can hear you. You're getting closer. Drehen, 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 drehen. Ähm. Okay, getting this. The whole world is doing somersaults. Okay, ich muss wahrscheinlich hier zusammenbauen, weil ich hier irgendwie nicht weitergucke. Okay, geht's hier hoch. Und hier geht's hoch. Ja, ich seh dich aber noch nicht, Olaf. Da, da ist was! Okay. Da ist ja mal ein Olaf-Teil. Oh, wo sind die anderen Olaf-Teile? Ja, ich such dich doch! Da ist eine Truhe! Es lohnt sich ja, das Suchen hier. Da liegt irgendwas. Truhe? Ach, guck mal da! Ein braunes Stück von Olaf! Es zählt noch nicht mal. Sven! Sven! Wo sind Sie? Ja, ich such ihn doch! Ich finde ihn nicht! Ja! Ich würde gerne aber auch angezeigt bekommen, wo... Wo ist er denn? Kann ich mir gut vorstellen, aber ich finde dich nicht! Wie nervig! Wie nervig! Will ich's nochmal Fuß stopfen? Wo ist denn Olaf? Vielleicht hier hoch? Hier geht's nicht weiter. Wieso kann ich hier einfach so ein paar Schneebälle zusammenrollen? Ich bin hier! Ja! Ich hab's schon mitbekommen. Irgendwo bist du hier? Aber irgendwie seh ich dich nicht, Olaf. Sven! Hey, war ich doch schon. Ja, das ist doch super! Ja, aber wo denn? Okay, ich bin bereit, ich bin bereit, jetzt zu finden! Würde ich sehr gerne, Olaf. Aber irgendwie... Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Okay, ich hab's schon! Also den Bauch haben wir schon. Uns fehlt der Kopf. Und das Unterteil. Wo ist mein Ohr? Wo soll er sein? Du müsstest doch hier... Du müsstest doch normalerweise seine Fratze sehen. Die Fratze muss doch hier irgendwo sein. Wo ist diese Fratze? Wo ist die Fratze? Das kann so nicht sein, Mann! Wo ist seine Fratze? Wo ist seine Fratze? Spinn? Spinn? Christoph? Ich bin auch hier. Da ist ein Wanz! Ja, das ist der Wanz. Ein riesiger Wanz. Hä, das zählt auch wieder nicht! Warum denn? Wie bescheuert ist das denn? Christoph! Warum hab ich das Teil jetzt schon wieder? Nein, da ist nur ein Weg, um zu finden zu finden. Hey, ich bin hierher. Ja. Da liegt noch was! Hey, das ist Olaf's Körper. Ich war's! Button, Handel. Kannst du mich hören? Hallo! Ja, ich hör dich. Wow! Guck mal, da kommt seine Fresse raus! Hey Olaf, there you are! I was starting to think, nobody'd ever come along and find me! Well, I'm glad we did! Juhu! Wir haben das Gesicht! Und den Wanz. Jetzt fehlt uns doch eigentlich nur noch... Der Körper, den hatte ich doch eben! Ich hatte doch eben so ein riesiges Stück irgendwas von ihm. Da läuft doch schon wieder was. Da läuft doch... Da läuft doch das Unterteil. Und es läuft weg. Bleib doch mal hier. Bleib doch mal hier. Jetzt hör auf damit! Warum? Ja, ich schleiche mich doch schon ganz... Nein, das kann doch nicht wahr sein. Ja, das... Wow! Ganz langsam. Langsam. Ich kann ja auch einfach so fangen! So schnell ist er doch gar nicht. Ja? Ach, das war jetzt zu laut, oder was? Mann! Ich krieg dieses scheiß Unterteil nicht. Das kann auch jetzt nicht zu... Das kann auch jetzt nicht zu laut gewesen sein. Kann ich schleichen? Das kann doch nicht sein! Da war doch... Da war das Dreieck! Da war das Dreieck! Jetzt aber! Hab dich! Äh, da fehlt was! Sie hat er bestimmt gegessen! Das war so klar! Ja! Oh, du bist willkommen. Mein Nose ist zurück. Oh, ich liebe einen Nose. Hey, Kristoff, wie hat das alles passiert? You know, ich bin nicht sicher. Diese weirden Tiere, well, sie waren eher wie Monsters. Sie haben einfach nur in Olaf. Oh, ich wusste. Ja. The Heartless. Hmm. Nein, da kommen wieder welche. Aber ich glaube, wir haben noch kein Level-Up hinbekommen, diese Folge. Zu viele Videos, zu viele kleinen Tram, 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 Tram. Kristoff! Kristoff! Ja, noch fettere Monster. Simba! Die sind alle Eis. Die müssen eigentlich alle Feuer hassen. 38 Treffer. Wow. Rekord war 14. 14. 14. Gebt mir dein Herz, gib mir dein Herz. Ja. Glück, Luftgrätsche. Na ja, das war's, Geil! Jetzt wollte ich's grad leise, aber es kommt wieder ein Video. Wo sind sie hin? Vergib dich zu El, das Eispalast. Nice. Schön, dass ich nicht weiß, wo er ist. Ah, Goofy, du machst lauter hässliche Fußabdrücke in den schönen Schnee. Das musste echt nicht sein, oder? Hier ist hier muss irgendwas sein. Das kann jetzt nicht nur der Schneemann gewesen sein. Hier muss Mickey Mouse Zeichen sein oder eine Ruhe. Es gibt ja Mickey Mouse Zeichen, die ich nicht gesehen habe. da waren zum Beispiel Blätter einfach so und das sollte ein Mickey Mouse Kopf sein. Leute, 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 was sind das denn für Zeichen? Wie wenn ich jetzt in den Schnee hier was reinritzen würde. Okay, hier geht's nicht weiter. Kade? Ich wüsste gerne, wo die Kade ist. So, zur Elsa. Wo geht's aber dann? Hier irgendwie nicht. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt lang muss. Warum sind meine Fußabdrücke jetzt schon weg? Das schneidet gerade gar nicht. Das ist schlecht jetzt gemacht. Spieleentwickler? Die Fußabdrücke müssen eigentlich schon bleiben, ne? Die können ja nicht einfach so spurlos irgendwo dahin vegetieren. Ach, hier geht's weiter. Ja, klar. Einfach mal Back-Auf-Rollen. Da ist noch eine. Wie cool, man kann die einfach so überrollen. Wenn man zum Beispiel zu schwach ist, dann kann man sich einfach so einen Schneeball nehmen und einfach über die Gegner rollen. Wie cool ist das denn? Stufe 29 mit Donald. So, 102.000 Erraten, Chef. Oh, ist das hier der richtige Weg. Ich mach mir eher Sorgen darum, wo wir hier gleich rauskommen. Kann ich den auch überrollen? Ach, wie cool. Aua! Was macht er denn hier für eine Rutsche? Muss er hin? Als ob er einfach so hochrutschen könnte. Da haben sie noch viel mehr. Also mit dem Level abklappt auf jeden Fall noch. Wir haben noch zehn Minuten knapp, was ich eingeplant habe. und dann werden wir wahrscheinlich wieder keinen Speicherpunkt finden. Ich sehe es schon kommen. Das heißt, wenn ich jetzt gleich einen finde, so in fünf Minuten oder so, werde ich den auf jeden Fall nehmen. Auch wenn ich dann tatsächlich kürzere Folge habe, als ich eigentlich wollte. Ihr seht es ja selbst bei diesem Spiel. die Speicherpunkte sind sehr, sehr komisch auseinandergelegt. katz, 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 katz. Mufi Stufe 29? Noch knapp tausend Punkte. Also das sollte doch möglich sein, bis zum Bergo. Frage ist halt nur, wie weit der Berg noch hoch geht. Ah, da ist wieder jemand. In diesem Fall freue ich mich auf sie, weil ich tatsächlich dieses Level-Up gerne noch hätte. Aua! Hier ist was. Okay, hier kann ich mich verstecken, okay. Ich hatte schon gehofft, dass ich vielleicht wieder ein Bildchen machen kann. Noch 390. Ich sehe... zwei kleine und eine große. Das reicht nur nicht ganz. Es wird nur nicht reichen zum Level-Up. Aber wir sind richtig knapp davor wieder. 105. Zwei Gegner. Sagen wir zwei Gegner, dann haben wir es. Wenn hier schon wieder ein Ball kommt, wird gleich wieder ein Gegner da sein. Was ist das? Ähm... Okay, so kann man ja hier hochspringen. Okay. Auch cool. Voll neu. Hier ist ja bestimmt eine Truhe, oder? Donald? Nö. Schade. Nein! 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 Also das ist es mir jetzt nicht, weil hier nochmal schlichend zu machen... Äh, angreifen? Wen soll ich angreifen? Okay. Geht's weiter? Und hier geht's hoch. Und jetzt kommen wieder Gegner. Gleich. Weil die Stelle ist zu offen. Die Stelle ist einfach zu groß, dass jetzt hier keine kommen. Achtung. Sag ich's doch. Man kann sich's meistens schon denken, wann die kommen. Weil wenn die so eine fette Passage hier machen... Nein! Dann passiert auch so eine Stufe 29. Jawoll! Auch Level Up haben wir wieder hingekriegt in dieser Folge. Ja. Ach so. Wir sind es einfach so... Back off! Here we go! Got him! Gibt's hier noch was? Ich würde noch Nein tippen. Aber kann doch nicht sein, dass irgendwo wieder so ein Mickey-Maus-Teil ist. Ich seh die einfach nicht dann. Sorry Leute an die Leute, die halt sehen wollen, wo diese Mickey-Maus-Teile sind, aber irgendwie... Gerade in dieser Region hier, ich hab keine Chance, die zu sehen. Nein! Was war das denn? Nein. Ich darf's jetzt nochmal machen. Glück gehabt. Er hätte weitaus schlimmer sein können. Hüpf, 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 hüpf. Er kommt doch gar nicht dahin! Nein. Nein, 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 nein! Das wird alles schlimmer! Nein! 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 Nein, ich bin am Fuße des Berges. Shit, man. Ach, auf einmal geht's. Aua, so... Was ist denn hier für eine Rutschpartie? Einfach mal drei Stück von denen. Ja, wohl, der ist eingefroren. Das ist meine Chance. Oh, ich geh auf. Volle Power. Oh, wird immer noch gekämpft hier hinten. Wie weit ist denn Elsa noch? Ich bin endlich zu Elsa. Elsa, komm doch... Yeah. Ach, guck mal. Da ganz hinten... ...ist die nächste. Ich find's cool, dass jetzt Donald... ...die Leute immer einfriert. Wenn's klappt. Das find ich gut. Richtig gut. Nein! Alter! Ich dachte schon, jetzt ist es vorbei. Okay. Irgendwie... ...versteh ich diesen Berg gerade nicht. Ich bin jetzt hier nicht nur hingelaufen wegen dieser Kiste, oder? Ich glaub schon. Aua! Die Welten sind halt so riesig geworden. Das ist richtig gut. Aber wenn man halt so Kisten sammeln will... Ich hab ja früher... ...hier im Hartz 1 und 2 wirklich mal alle Kisten gesammelt. Hat zwar ewig gedauert, aber... ...da fand ich's einfacher... ...als hier, weil hier... ...vor allem mit diesen... ...Micky Mausen, die dann auch noch überall sein können. Es kann ja wirklich hinter jedem Stein hier grad was sein. Raketen-Tanz? So denn. Jetzt kommt er. Das hatte man halt früher nicht. Da hatte man halt so ne... ...relativ... ...große Welt, die aber begrenzt ist. Dann hatte man halt einfach seine Ruhe. Okay. Hier ist Elsa gleich. 10 Minuten sind auch schon wieder vorbei. Der Elch hat die Treppe abgeleckt, dann kommt nicht mehr raus. Oh nein! Elsa ist die Böse und ihre Schwester ist die Gute, Prinzessin. Oh! 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 Silly? Are you hurt? No, I'm fine. But, I think something terrible must have happened. I hope our friends are okay. What? What? Stop! Put us down! Oh! 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 Watch out for my butt! Die fliegen dahinter! So ein kleiner Schneeperl auf so einen Schneemonster schmeißen. Oh nein, wir kämpfen jetzt gegen so ein riesiges Schneemonster! Oh! Deine Teile sind falsch rum! Wait for me! Ich will ihn besiegen! Ren do not arts away! Huh? Where is Goofy? Huh? Hey Sora! In die Klappe! Jawohl! Okay, aber jetzt kämpfen wir wenigstens. Besiege das Schneemonster! Na gut, er hat die Folge wieder Überlänge, wie immer. Ähm, ich wurde zweimal getroffen und bin fast down. Okay. Aber wir machen richtig guten Damage. Guckt mal. Man darf sich halt nur nicht treffen lassen. Aua! Jetzt, 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 es ist jetzt rechts. Pink, linke, flinke. Linke Krallen! Es ist wieder soweit. Mal, zwei Rennen sind schon weg. Okay, macht wieder Bodyslam. Oder auch nicht, er fliegt irgendwo in der Weltgeschichte rum. Raketentanz! Jawohl! Jawohl! Fast eine ganze Leiste macht das weg. Was ist da denn los? Doppel-Joyos. Vier Reihen schon weg. Also, das geht ja mega schnell. Doppel-Joyos. Ja, wieder eine Leiste weg. Geil! Und es geht immer weiter. Okay, jetzt hat er Rüstung. Jetzt hat er Rüstung. Alter, wie geil sieht der denn aus? Wow, jetzt bloß nicht sterben! Er ist gestorben! Er ist gestorben! Bei der Heilung! Er ist bei der Heilung gestorben. Er ist bei der Heilung gestorben. Das kann's doch nicht wahr sein! Das kann's doch nicht sein! Und schon wieder Überlänge. Ich liebe diese Überlänge. Ja, gut, andererseits müsst ihr überlegen. Sonst hätten wir aber auch 70 Folgen oder sowas. Und so schaffen wir es halt relativ schnell auch durchzukommen. Simba! Eigentlich müsste Simba ihn instant kaputt machen können. Ich meine, es ist ein Feuerlöwe. Und er ist einfach nur so ein Schneemann. Da müsste er da hinschmelzen. Okay, drei Reihen sind schon weg. Jetzt läuft's doch richtig gut. Wieder eine weg. Okay, jetzt hab ich ihn! Jetzt hab ich ihn! Ich versuch dran zu bleiben. Aua, aua! Jetzt hör doch mal auf! Gut, ich hab auch Items. Noch hab ich welche. Back off! Here we go! Jawoll! Jetzt ist nämlich sein hässlicher Panzer, der jetzt gleich down ist! Ja, ist down! Geht doch! Einmal heilen. Blutform. Ich geh mal aufs Ganze. Er hat ja grad seine Rüstung. Ich hab die Portion. Sehr gut. Naja, es sollte reichen, um mich jetzt einmal hochzuhalten. Oh. Baumpeitsche, Baumpeitsche! Quill-Achiemens-Gesicht! Jawohl, wir sind hochgeheilt. Es ist nochmal Zeit für... Nein, ich hab nicht Simba gemacht. Ich hab ihn genommen. Okay, alles gut. Drei Reihen noch. Bäm. 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 Ja! Hey, neuer Rekord. Sieben sogar. Wie viel hat er noch? Zweieinhalb rein. Oh, ich bin Eis! Ich bin Eis, Klotz! Nein, er hat wieder die... Nein! Lass mich doch in Ruhe... Lass mich in Ruhe. Danke. Danke. So langsam macht sich doch Donald. Komm, die... Panzer muss down! Ja, man! So, letzte Reihe. Okay. Ich wollte mich eigentlich heilen, aber egal. Ja, ich mach's nicht. Ja,älte! Ja! Ja,älte! Nein! Wieder sind wir unten. Nein! Nein! Du bist sicher, dass du nicht wieder gehen willst? Nein, danke! Du denkst, dass alle anderen es geschafft haben? Ich glaube nicht, dass der Schnee Monster ihn hat. Das Problem war nicht in der Palette. Das macht Sinn? Für uns auch. Wir müssen immer noch mit Elsa sprechen. Die zweite Zeit ist der Charme! Ja, zurück zum Eis-Palast! Nein! Nicht schön, wie der da klettert. Oh nein. Oh nein, oder? Scheiße! Scheiße auf die Zutaten! Ich muss den ganzen Weg schon wieder hochgehen zu Elsa! Doch! Oder? Du kannst. Ah, ich würde eigentlich gerne die Welt abschließen in dieser Folge, aber irgendwie es nimmt kein Ende, ich muss immer wieder zu Elsa ich muss immer wieder den Besenberg hoch ich muss immer wieder diesen Berg hoch immer wieder diesen Berg war ich ja schon bei der Truhe Stachelbär ja, von da oben kam ich ich muss doch nach oben, oder? also theoretisch muss ich doch nach oben ich verstehe es gerade selbst nicht oder bin ich am falschen Eck? jetzt sind aber wieder niemanden da aber die haben irgendwie keinen Bock gerade auf Kämpfen hopp on jetzt so, wer fehlt noch? na, 3-7, das können wir nicht noch hin so leid es mir tut hey hey Elsa dunkelheit dunkelheit na dann aber schnell da oben ist es da oben, da oben ist die Karte hey, die Karte habe ich doch schon oh, wie komme ich hier hoch? wie komme ich denn da hoch? und wieso komme ich da nicht so hoch mit diesem Dreck? ich will wissen, was da oben drin ist das ist bestimmt irgendwas selten ist ach man aua wütend sein Aua okay, Ratscha ich spiele ein bisschen auf Zeit wer es nämlich gerade merkt Donald Stufe 30 wo war denn jetzt diese Truhe? aber theoretisch da okay, da komme ich nicht hoch aber da hinten ist die Truhe da muss ich ja irgendwie irgendwie, irgendwie muss ich da hinkommen ich verstehe jetzt gerade nicht ich komme nicht, ich komme nicht ich komme da nicht hin weil hier hört auch die Welt auf anscheinend oh, da ist da ist definitiv die Truhe ich sehe sie doch da oben ganz genau, diese Truhe ich sehe doch diese verdammte Truhe da oben und es gibt da auch einen Weg ja okay, dann kacke auf die Truhe weil ich komme da nicht hin ach nööö ja schon jeder Ja. EZ. Do you want to save her from the bad guy? We're on the same side. Elsa. I guess all he ever wanted to do was keep Elsa safe. Hey, we should team up, big guy. Come on, we want to help her too. Why not? So, what do you say? One great thing about Sora, he can always make friends with anybody. Donald, Goofy, come on. Cool, jetzt hilft er mir. Ja, ich muss jetzt aber gleich abspeichern. Problem ist, wenn die Folge zu lang wird, dann habe ich immer Probleme beim Rennen. Ich habe einmal anderthalb Stunden gehabt, das war zu lang. Das hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Dann hat es drei oder vier Tage gedauert, bis ich es dann endlich hatte. Und am Ende hatte ich dann trotzdem nicht die 60 FPS, weil ich dann umswitchen musste und die Aufnahme nicht so rendern konnte, wie ich wollte. Das soll mir jetzt nicht passieren, deswegen nächster Speicherpunkt ist meiner. Gleich noch mein Level ab, finde ich cool. Dass der Schneemann bei mir kämpft, finde ich auch cool. Ach, Harttropfen. Energie-Splitter. Ja, das reicht, das reicht, die beiden. Dicke. Da händen sie noch mehr. Oh, es werden immer mehr. Jawohl, Eisboost. Eiskalder Atem. Geil. Junge, jetzt reicht's mir, aber... Geil. 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 Hier kommt gleich ein Speicherpunkt. Ich glaube, wir kommen gleich zum Endpost dieser Welt. Den machen wir aber in der nächsten Folge dann erst. Wir sind schon über eine Stunde. Äh, 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 der Lobo war gerade weg. Schöner Grafik-Bug. Ich liebe ja sowas zu finden. Aber das war jetzt komisch. Ich freue mich auch schon wieder zurück nach Twilight Town zu gehen und dann endlich mal zu kochen. Schön backen, kochen, was weiß ich. Will man auf jeden Fall machen. Okay, das war's. Das nehmen wir auch noch mit. Speicherpunkt und Mogri. Was willst du mehr? Gibt's neue Saaten zu kaufen? Hammer. Nicht unbedingt. Okay. Ich sag aber auch... Schmieden. Kann ich irgendwas schmieden, was ich gerade brauche? Schlüssel. Ha, ich kann's wieder verbessern. Nein, ich kann's nicht verbessern. Wo bekomme ich denn Fluorid her? Ja, Foto müssen wir also jetzt hier von allem Foto machen. Fluorid kann ich kaufen. Okay. 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 Ja, dann erstmal die Frohe Klinge noch stärker machen. Und dann sag ich schon mal... Danke fürs Zuschauen. Das nächste Mal machen wir auf jeden Fall das Bistro. Ich freu mich drauf. Bis dann. Tschüss.